...debatten gehabt, aber hinter den Kulissen ist auch zum Beispiel partei- und fraktionsübergreifend zur Frage von Sicherheit von Wahlkreisbüros verhandelt worden und ähnliches, wo es genau das, was sie eingefordert haben, natürlich gegeben hat, aber das wird hier natürlich auch nicht erzählt. Vielen Dank. So, der gerade hier hat er den Abschluss gemerkt. Ja, mein Name ist Lukas Richter. Ich habe mir drei Punkte gemerkt, zu denen ich was sagen möchte. Erstens Rechtsstaat. Ich glaube, damit ging die ganze Sache los. Der Staat hat selbst gegen das eigene Grundgesetz verstoßen, in dem er eine Asylpolitik betrieben hat, die für das Grundgesetz, Paragraf 16a Absatz 2, an das festgelegt ist. Also von staatlicher Seite. Zweitens, ich gehe regelmäßig zu Ligida. Ich halte mich nicht für einen Rassisten. Lesen Sie sich die Dresdner Thesen durch. Da stehen Programmpunkte drin, die größtenteils auch von der AfD vertreten werden, auch von der CSU. Ich bin von Anfang an dabei gewesen, wurde mit Farbbeuteln beschlossen, wurde bespuckt, wurde mit Urin bespritzt. Bei der ersten Ligida-Demo wurde ich blutig geschlagen. Und damit ging das alles los. Zweitens, auch von staatlicher Seite, wurde es toleriert, dass gegen die Ligida-Demonstration gegendemonstriert wurde, also das Recht auf Versammlungsfreiheit quasi durchbrochen wurde. Das heißt, die Versammlung von Ligida wurde gestört. Und das verstößt gegen das Versammlungsgesetz. Nächstes, ich halte auch nicht jeden linken Politiker für einen Rassisten, nur weil dort jemand mal gesagt hat, oder weil das vielleicht immer mal wieder heraus tönt, ein Erfolgstod und so weiter. Das ist dezidiert rassistisch. Von Politikern wurde ich auch schon als Ratte bezeichnet, in dem Sinne, dass diejenigen, die Ligida veranstalten, Rattenfänger wären. Mischproke und so weiter. Also, das geht auch von Politikerseite aus. Drittens, Medien. Der Herr Wohlitz hat gerade gesagt, er weiß nicht so richtig, wie das, oder am Anfang haben sie gesagt, wie das mit der Gewalt zustande gekommen ist. Die Medien haben dafür gesorgt, allen voran natürlich LVZ und MDR, dass potenzielle Wähler von der AfD, die nach meinem Dafürhalten keine andere politische Forderung stellt, als die CDU vor 20, 30 Jahren, dass die als Nazis, Faschisten, Rassisten bezeichnen. Wo haben wir die denn bezeichnet? Das müssen Sie mir nachher bezeichnen. Also, jedenfalls wird das so suggeriert, dass die nicht auf dem Boden der Demokratie stünden. Das müssen Sie mir bitte mal zeigen. Ich habe jetzt keinen Beleg da, aber dann können wir ja nachher beobachten. Jedenfalls wurde die Debatte derart gehitzt von Anfang an, dass dadurch natürlich auch sich ein gewisser Unmut in der Wahrnehmung breitmacht. Und es gibt Menschen, die können sich nicht an das Ausdruck verschaffen. Okay. Vielen Dank. Erstmal die von Ihren zitierten Thesen hatten wir übrigens seinerzeit in der LVZ abgedruckt. Frau Flock wollte sich äußern. Dann geht es hinten weiter. Ich habe mir das hier relativ genau versucht zu beschreiben, es kommen alle dran, aber das ist tatsächlich die Reihenfolge. Ganz unheil passiert von der ersten Demonstration. Wann ich erinnere, dass ich mit Kurt Mazur im Gewandhaus Politbüroablösung verlangt und eine Woche später war er weg. Und heutige Zeit, erste Demonstration gegen erste Demonstration, hat gegen Demonstration gemacht, jung. Und das war der größte Fehler. Und dann nicht nur gegen Demonstration, noch dazu Polizeieinsatz. Wissen Sie, was kostet dieser Polizeieinsatz? Über 30 oder 40 Millionen. Das konnte man für die legiden Leute, für die jungen Menschen geben. Da konnte etwas ändern. Also, das Unheil, angefangen von Jung, der dachte nicht gegen Demonstration. Ich muss dort reden, wo ich bin. Die haben zuerst Augustusplatz. Dann haben sie geschmissen, Richard Wagnerstadt. Dann wieder Ergumor. Dann wieder immer Einsatz. Einsatz muss nicht sein. Einsatz, wo gibt es das? Das ist doch einfache Menschen. Lassen Sie die Leute reden. Lassen Sie die Leute. Sie müssen zuhören. Nicht Einsatz Polizei machen. Das ist Menschen. Das ist unsere Jugend. Zukunft und so weiter. Dankeschön. Danke, Frau Flöck. So, ich habe jetzt, genau, da nicht mit dem Herrn, der war als nächstes dran. Und danach der hier vorne und dann Sie. Und dann geht es weiter. Ich bin Klaus Robanski und bin Rentner und stelle meinen Neuen zur Schau. Hoffentlich hört jemand zu. Gewalt hat was mit Wut zu tun. Vorher muss Wut da sein. Sehr viel Wut. Immer wieder Wut, ehe Gewalt kommt. Und ich wäre bei den Nazis, ich wäre vor 80 Jahren wahrscheinlich im KZ gelandet, in der DDR war ich auch kritisch, aber ein Punkt dazu. Der Herr hier vorne, der über das DDR-Leben sprach, also ich hatte mehr als 30 Jahre in der DDR gelebt, sehr friedlich. Und ich glaube 75 Prozent der DDR-Leute haben sehr friedlich gelebt. Und ich darf das heute zum ersten Mal sagen, sonst bekomme ich kein Mikrofon, um den Jungen zu sagen, lasst euch nicht ständig manipulieren von den Medien und von diesem Staat, dass die DDR ein Verbrecher-Leben war. Erstens. Zweitens. Gewalt. Wut. Also mir ist in den letzten 25 Jahren sehr oft die Faust in der Tasche, oder ist meine Hand in der Tasche zur Faust geworden. Und ich hätte, wenn ich jünger wäre, wahrscheinlich auch irgendwo irgendwann mal zu Gewalt geneigt, weil ich habe vor einem halben Jahr und dreiviertel Jahr dem Deutschlandfunk, den ich sehr gerne höre, eine Mail geschickt. In der stand, ist jetzt auch der letzte Redakteur des DLF auf der Gehaltsliste der CRE zu stehen. Ich darf natürlich nie eine Antwort bekommen. Wut wird erzeugt in diesem Land durch zum Beispiel die devote Haltung dieses Staates gegenüber den USA. Die USA hat seit 80 Jahren oder seit Ende des Zweiten Weltkriegs nur Gewalt und Terrorismus und Mord über die Erde gebracht. Ich denke an den Vietnamkrieg, ich denke an die letzten Kriege im arabischen Raum. So, woher, also hier wird nur über Symptome geredet, ich bin gleich fertig, über Symptome, nicht über die Ursachen. Die Wut, ob das Pegida ist, ob das linke Radikale die Wut kriegen, zu denen ich eher meinen würde. Mir wird ständig erzählt, ich habe eine Wertegemeinschaft mit der USA. Und Herr Obama lässt täglich Leute ermorden und in den Gefängnissen der USA, im Nahen Osten wird gefoltert hoch drei. Das erzeugt in mir Wut und niemand kann, ich kann das nur umso sagen und niemand redet darüber. Es wird alles totgeschwiegen. Es wird vom Staat hier, von den Medien bewusst totgeschwiegen. Ich habe selber auch mal bei den Medien gearbeitet. Ich weiß, wie es funktioniert. Es ist in der Exekutive einfach so und das macht die Leute wütend, ob die dann mal später zu Pegida gehen. Ich weiß genau, die Flüchtlinge sind durch die USA, durch die Politik des Regimewechsels entstanden. Aus kolonialen Gründen, aus neokolonialen Gründen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Nie wird ein Wort darüber gesagt. Und wenn jemand mal das Glück hat, in die Medien, wie Herr Totenhöfer oder Herr Marz, dazu Stellung zu nehmen und zu sagen, Leute, fragt doch, warum ist Russland jetzt so? Das ist nicht Russland schuld, das ist die Schuld der USA. Der Ukraine-Konflikt hat die USA noch hier. Dann kommt der nie wieder an. Das darf der einmal sagen und weg ist er. Das solltet ihr Politiker euch mal öfter anhören. Vielen Dank, das war jetzt ein sehr weiterer Bogen, wo die Fragen haben, aber okay. Die Dame da hinten hat sich als nächstes gemeldet. Die hat sich schon sehr lange gemeldet, bitte. Wir praten Gesamtungsmacht. Entschuldigung, dürfte ich jetzt? Bitte. Also ich hätte erstmal eine Anmerkung zu diesem Mistforkenvergleich. Ich weiß nicht, ob man das wirklich machen muss, irgendwie künstlerische Aussagen mit politischen Aussagen in einen Topf zu packen. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Das ist jetzt erstmal irgendwie... Darf ich noch etwas ausreden? Danke. Das ist halt irgendwie so eine Sache, die man übernachten würde, wie sehr das... ...nötig ist. Und die zweite Sache ist, wir reden hier über Gewalt. Und ich finde, welche Gewalt irgendwie gerade ein bisschen zu wenig zur Sprache kommt, ist über 1000 Angriffe auf Flüchtlingsheime. Irgendwie, ja, ist das irgendwie bestimmt verwerflich, wenn Wahlkampfbüros irgendwie angegriffen werden. Oder von Gewalt auf Demonstrationen aus taucht. Aber das ist vermutlich das allergrößte Problem, was ich gerade in dieser Gewaltspirale sehe, ist, dass es einfach einen ungehandenen Hass auf Menschen gibt, die in dieses Land kommen, weil sie gar nicht anders können. Und nicht, weil das Wetter hier so schön ist oder weil die Sozialleistungen so gut sind, sondern weil sie vor Krieg und Terror fliegen. Und diese Menschen anzugreifen, das halte ich für extremst verwerflich. Okay, vielen Dank. Eine ganz kurze Ermerkung dazu. Ich weiß, was Sie meinen. Ich glaube, die Verurteilung dieser Gewalt, die Sie gerade ansprechen, ist die ein Tier, hoffentlich alle. Aber das Thema hier heute ist Gewalt in Leipzig konkret. Und hier, ja gut, Gewalt auf, Übergriffe auf Flüchtlingsheimen in Leipzig sind hier jetzt nicht in dem Maße bekannt, zumindest wie im Rest des Landes. Also gab es sicherlich, ja, aber ich glaube, es ist, in Leipzig haben wir ein anderes Problem, über das wir hier heute reden wollen. Deshalb vielleicht ein bisschen diese Schwerpunktsetzung zur Erklärung. So, jetzt muss ich erst mal gucken. So, der Herr hier vorne war als nächstes dran, bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Fernsehjournalist aus Stuttgart. Ich möchte klar zum Ausdruck bringen, dass die, oder erst mal politisch, ich war lange Zeit bei den Grünen und stehe jetzt der AfD nahe, weil ich glaube, dass die einzige Chance ist, Protest zu wählen, um dieses Land hier noch zu retten. Ich lebe in Westdeutschland. Die Sache ist die, den Bürger da draußen, ich weiß nicht, ob Sie als SPD oder Linke noch Kontakt zu dem normalen Bürger haben, ich glaube nicht mittlerweile. Sie haben keinen Kontakt mehr zu dem normalen Bürger. Den Bürger da draußen kommen die Flüchtlinge, Migranten, zu den Ohren raus. Die Geschichte ist die, was wir hier auch diskutieren müssen, ist die Rolle der Medien. Ich habe hier seit diesem September, als Merkel die Flüchtlinge reingeladen, geholt hat, habe ich natürlich auch Zeitungen gelesen, wie jeden Tag. Es gab nur negative Nachrichten über Legida, Pegida, Legida kenne ich nicht, aber Pegida mittlerweile. Das seien braune Leute, das seien Nazis, Rechtsradikale. Ich bin nach Dresden gefahren, ich habe als Journalist einige Berichte in meinem Leben gemacht über NPD-Leute. Das waren Leute mit Lederstiefeln, das waren Leute mit Glatzköpfung, das waren Leute, die mir gesagt haben, dass der Holocaust erlogen ist. Ich bin nach Dresden gefahren, ich habe mir die Pegida-Menschen angeschaut. Es waren ganz normale Leute. Es waren Tischler, Schreiner, Friseusen, Friseurinnen, sorry. Es waren Verkäuferinnen aus dem Supermarkt. Es waren völlig normal, es waren die Menschen, die Willy Brandt und Helmut Schmidt gewählt hätten, wenn sie es denn in diesem Land hätten wählen können. Ich bin gleich fertig. Wie wollen Sie, es waren völlig normale Menschen, die hier von dieser Presse, für die ich mich schäme, ich schäme mich für die deutsche Presse. Die deutsche Presse ist eine Schande. Es ist eine Lügenpresse, es ist eine Schande für dieses Land, diese Presse hier. Und ich bin gleich fertig. Wie wollen Sie, Sie da, Linke, SPD, wie wollen Sie den kleinen Mann wieder an die Ohne bringen, dass er Ihnen eine Stimme gibt? Ich bin fertig. Ich habe fertig. Vielen Dank für den Beitrag. Ich würde jetzt zunächst mal an Herrn Lippmann übergeben, den Dresdner hier in der Runde, der vielleicht auch eine andere Beobachtung hat zum Thema Pegida als Sie möglicherweise. Also, ich will jetzt hier keine großen Debatten zum Thema Pegida, da könnten wir auch noch abendführende Veranstaltungen mit, wer da so mitläuft und so weiter. Ich höre das auch übrigens häufig in Dresden. Das sind doch Tischler und teilweise Banker und so weiter. Ja, mal ganz ehrlich, auch bei NPD-Demos waren Tischler und Banker dabei, Nazis und kein Berufsbild. Also mal ganz ehrlich, das ist genauso ein Fährstück der Gesellschaft, natürlich. Und was die für Berufe haben, die Menschen, die da langlaufen, das hat erstmal nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun. Das ist bei Linken wie bei Rechten, eint uns das oder eint uns eben nicht. Es sind vollkommen unterschiedliche Berufe, die da ausgebildet haben, das hat erstmal nichts damit zu tun, was die Menschen für ein Gedankengut haben. Und das, was Sie gerade beschrieben haben über Nazis, da sage ich mal ganz deutlich, das ist ein Bild, wie Rechte aussehen, was Sie in den frühen 90er Jahren vielleicht noch in den Medien gesehen haben. Heute tritt der Neonazi halt nicht mehr in Springerstiefeln und Bomberjacke auf. Das sollte, glaube ich, die Erkenntnis der letzten Jahre deutlich sein, dass Neonazis in Nadelstreifen keine Seltenheiten mehr sind und die neue Rechte ganz andere Agitationsformen nutzen, die das Ziel aber eint. Und jetzt nochmal zum Thema Medienrezeption von Pegida. Also, als jemand, der in dieser Stadt lebt, aufgewachsen und geboren ist, ich erlebe die Medienrezeption zu Pegida anders, als Sie das gerade tun. Es gab durchaus sehr, sehr differenzierte Artikel und für manche Artikel auch in der Dresdner Lokalpresse habe ich wiederum eher so mit gewissen Naserümpfen quittiert, wie dort manches auch schön geredet wurde, was bei Pegida passiert. Es war ein sehr differenziertes Bild. Ich sage es auch ganz deutlich. Die Stadtbauer recht, jetzt reden Sie schon in einer halben Stunde, oder? Nee, in einer halben Stunde reden wir noch nicht. Also, wissen Sie, er kann schon auch antworten auf das, was hier gesagt wird. Das müssen wir schon akzeptieren, denke ich. Diejenigen, die Meinungsfreiheit, und dazu passt jetzt der Zwischenruf, immer einfordern lautstark, sind dann immer eben diejenigen, die ganz schnell dabei sind, und mir jetzt gerade versuchen wollen, das Wort abzuschneiden, oder dann immer behaupten, und Pressefreiheit ist ein Ausdruck von Meinungsfreiheit, dass Meinungsfreiheit immer dann nicht gilt, wenn die eigene Meinung nicht erscheint. Und das ist aber nicht der Sinn von Meinungsfreiheit. Und es ist auch nicht der Sinn von Versammlungsfreiheit, also vielleicht nochmal zu dem, was vorhin gesagt wurde, dass es das Recht gibt, das Sie originär alleine in Ihrer Versammlung durchführen können, sondern genauso, Sie haben mit der Versammlungsfreiheit kein Recht, ungestört zu demonstrieren, genauso wie Sie nicht das Recht haben, in der Presse jeden Tag zu lesen, was Sie gerne lesen wollen, und bloß, weil Sie das nicht lesen können, Sie der festen Überzeugung sind, die Presse ist schlimm. Vielen Dank. Ich würde zum Thema, wie kümmern Sie sich darum, dass Sie mit den Bürgern in Kontakt bleiben, schon auch nochmal gerne die anderen hier zu Wort kommen lassen, die hier sitzen. Die rechtliche Auslegung und der Störung einer Versammlung ist aber nicht so ganz einfach, wie er oben ist. Also nochmal in aller Deutlichkeit, in Bezug auf die erste Legida-Demonstration in Leipzig durfte Legida demonstrieren, durfte sich versammeln, genauso wie eine Gegendemonstration erlaubt war. Dort haben sich dann mehr Bürger versammelt, das mag Sie nicht zufriedengestellt haben, aber das Demonstrationsrecht ist aus gutem Grunde eines der höchsten Rechte und wird gewährleistet. Und die Polizei hat dort vor allen Dingen eine Aufgabe, nämlich auf Ordnung und Sicherheit zu achten und die beiden Demonstrationen voneinander getrennt zu halten. Das hat Sie nach meinem Eindruck nach der Rechtsprechung getan. Das nächste Mal kriegen Sie einen Autofall. Das verstehe ich jetzt als zumindest eine gewalttätige Äußerung, muss ich Ihnen sagen, und finde ich keinen Qualitätssprung im Diskurs. Die Frage, die ich zuletzt behalten habe, war die Frage, wie man wählt auch wieder zurück aus, weil die andere Runde hat man schon, wie man im Dialog bleibt. Die SPD ist eine Partei, wie Sie völlig richtig analysiert haben, die in ihrer Tradition und Geschichte aus der Arbeiterschaft kommt. Nun hat sich heutzutage einiges geändert. Zum einen verstehen sich nicht mehr alle als Arbeiter, die da früher wahrscheinlich in den Lohnkopf unterwegs wären. Zum anderen leben wir in einer anderen Gesellschaft und wir können auch nicht mehr alles so organisieren, wie wir es gerne wollten. Aber was die SPD gemacht hat in den letzten Jahren, ist auf Bundesebene den Mindestlohn durchzusetzen. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt eher stärken, egal ob das die Systeme der Brüder sind. Sie haben gerade mitbekommen, dass wir darüber reden, Ost- und Westrente anzugleichen. Sie haben bestimmt mitbekommen, dass wir in den letzten Jahren intensiv darüber geredet haben, wir kriegen hier Investitionen, gerade im kommunalen Bereich, im Feld der Daseinsvorsorge. Da können Sie hernehmen, was Sie da wollen. Egal, ob das Schulen sind, ob das kommunale Einrichtungen sind, wie auch Schwimmbäder und andere Investitionsprogramme. Wir tun einiges dafür, dass wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Und die SPD-Position war immer, dass Staat ein Stück weit dafür sorgen muss, dass wir Chancengleichheit gewähren oder zumindest näher daran kommen. Das ist eine grundsätzliche Antwort als SPD, wie wir versuchen, Fragen zu beantworten. Ansonsten sage ich immer, wenn Sie das sozusagen der einfache Mann, wir sind eine Arbeitnehmerpartei und stärken deswegen auch die Arbeitnehmervertretung. Auch das ist ein Weg, wo die SPD sagt, so wollen wir dazu beitragen, dass alle sowohl am gesellschaftlichen und mehr am politischen Prozess teilhaben. Gestatten Sie mir vorher noch einen Satz oder zwei Sätze, und zwar in einer anderen Richtung. Die gute Frau ist jetzt rausgegangen, aber Versammlungen werden von der Polizei geschützt. Das ist Ihr Auftrag. Da hören die dann auch manchmal zu, das ist so. Aber das ist Ihr Auftrag einfach. Das kann man sich wegwünschen, würde ich aber nicht ganz gern wegwünschen. Zweitens, ob die Bundeskanzlerin mit ihrer Entscheidung, jetzt nehme ich mal die Bundeskanzlerin, Entschuldigung, mache ich selten, gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Verstöße gegen das Grundgesetz werden im politischen Raum sehr oft kolportiert. Letztendlich, ob es einem gefällt oder nicht, entscheidet darüber ein Verfassungsgericht. Und in dem Fall das Bundesverfassungsgericht. Und das entscheidet manchmal so herum oder so herum. Da ist man, wie das so schön heißt, auf Versehen und vor Gericht in Gottes Hand. Die Frage ist nicht, wie man etwas empfindet, sondern wie am Ende die Rechtsgüter gegeneinander abgewogen werden. Punkt. Und Sie werden entschuldigen, wenn im Artikel 1 unseres Grundgesetzes die Menschenwürde steht, dann steht nicht drin, die Würde des Deutschen, sondern steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann geht das für jeden. Das Grundgesetz ist die deutschen Folge. Ja, dann lesen Sie aber bitte weiter. Im Artikel 1 steht eindeutig, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht des Deutschen. Das ist bewusst von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, hätte ich nie gedacht, dieses Grundgesetz mal verteidige, aber das ist so. Das ist von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes. Das ist bewusst so gemacht worden und richtigerweise so gemacht worden. Ich bin sehr froh darüber, weil das nämlich eine zivilisatorische Errungenschaft ist. Und man kann darauf schimpfen, wie man will. Diese zivilisatorische Errungenschaft gilt. Und daran sollten wir uns halten. Sie können noch allgemeiner formulieren, die Menschen sollen sich lieb haben, wir können die Werbung machen. Nein, 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 nein. Ich halte das schon mal richtig. Und ich sage Ihnen auch weshalb. Ich sage Ihnen auch weshalb. Weil das nämlich ebenfalls die Würde des Geflüchteten einschließt. Und es schließt die Würde des Geflüchteten auch an der Grenze ein. Und wenn jemand auf die Idee kommt, zuvor, und dann auch wieder zurück zu Roland meinetwegen, mir völlig wurscht, aber er hat die Gedanken geäußert, an der Grenze tatsächlich auf Geflüchtete notfalls schießen lassen zu wollen. Moment, Moment, doch. Und wenn dann gesagt wird, naja, das steht doch aber so im Gesetz. Nee, nee, wissen Sie, was da drin steht? Bei bewaffnetem Grenzübertritt. Bei bewaffnetem Grenzübertritt ist als Ultima Ratio der Gebrauch der Waffe möglich. Nicht, wenn Geflüchtete mit Rucksäcken oder sonst was über die Grenze kommen. Also so viel Ehrlichkeit muss dabei sein. Es geht nämlich um Wahrhaftigkeit. Es geht nicht nur darum, was ich mir gerade zurecht fühle, sondern es geht darum, dass wir wahrhaftig miteinander umgehen. Also wir wollen jetzt kein Zwiegespräch, damit ich jetzt im Verstandes bin, weil es gab dort hinten noch eine Wortmeldung. Aber eins möchte ich an der Stelle aber bitte mal noch sagen. Und wenn wir um Ehrlichkeit sind, die Frau Petri, weil Sie das gerade angesprochen haben, ich meine nur, wenn Sie den nicht beim Namen genannt haben, die hat nicht gesagt, dass man auf Geflüchtete schießen soll. So, und als nächstes, wir sind doch ein Rechtsstaat, oder? Sie haben es gerade erklärt, wie wichtig das Grundgesetz ist. Und da bin ich total bei Ihnen, dass es eine super Errungenschaft ist. Aber Fakt ist doch eins, die Bundesregierung hat Recht gebrochen. Und auf der Plin 3 werden Asylanträge in dem Land gestellt, wo der Asylbewerber das erste Mal europäischen Boden betritt. Und wenn die nicht mit dem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug kommen, ist es schwierig. Und als nächstes wäre das Asylgesetz, da steht eindeutig drin, wer aus einem sicheren Drittland kommt, der kann an der Grenze zurückgeschoben werden. Und da wir von sicheren Drittländern umgeben sind, ist auch das schwierig. Also ich muss Ihnen eines sagen, die Leute hier zu belehren, wie das Grundgesetz ausgelegt wird, das ist eine Seite. Aber auf der anderen Seite möglicherweise auch mal einen Fehler zuzugeben, einen Fehler zuzugeben, der gemacht worden ist, nämlich die Regierung hat hier Recht gebrochen, das schadet uns nichts, gar nicht. Das kann basieren und das kann man auch in Ordnung bringen. Aber die Leute so von oben herab zu belehren, ist definitiv nicht der richtige Weg. Der Frau, der hat sich schon länger gemeldet. Guten Tag, mein Name ist Arndt Hohenstädter. Ich habe drei dezidierte Fragen an den Herrn Mann, an den Herrn Feißen, an den Herrn Lippmann. Und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, mir komplexe Politik mal als einfachen Bürger einfach zu erklären. Herr Feißen, mir ist aufgefallen, dass dieser aus meiner Sicht brutale Angriff auf diesen Bürger, diesen Fußballer dort oder Fußballfan, der gefilmt wurde, dann ins Internet gestellt wurde und dort richtiggehend vermarktet wurde durch eine politische Kraft, dass der in der Polizeidirektion Leipzig in der Presseerklärung keine Erwähnung fand. Der Polizeipräsident von Leipzig hat aus meiner Sicht eine sehr große Verantwortung für die Zustände in Leipzig und es ist eben nicht das allgemeine Polarisierungsproblem, was tatsächlich da ist, was uns beschäftigt hier, sondern wir haben das Problem, dass gewisse Ausuferungen von einer Seite offensichtlich toleriert werden oder nicht im entsprechenden Maße denen begegnet wird. Und da ist mir das aufgefallen, Herr Feißen. Da frage ich mich, gibt es seitens der CDU da Handlungsbedarf, auf den Herrn Merkitz einzuwirken, dass man über solche gravierenden Dinge in den Presseerklärungen der Polizeidirektion künftig auch berichtet. Das ist die Frage an den Herrn Feißen. Die Frage an den Herrn Mann lautet, er hat ja mal gesagt, dass die Bürger ist gleich Rassismus. Mir ist da aufgefallen, als einer der Organisatoren, dass am 4.8.2015 hat bei uns ein guter Freund von mir, ein Farbiger aus Kamerun, gesprochen auf der Bühne und wollte den Patriotismus im deutschen Volke wieder aufbegehren lassen. Man kann es im Internet nachlesen, das hat er sehr leidenschaftlich gemacht. Und synchron dazu hat der Herr Jung uns keine 200 Meter entfernt, er musste das wahrnehmen, als Rassist geschützt. Und da frage ich mich jetzt, wie hat er das gemeint? Ist das rassistisch, wenn dort ein Schwarzer spricht oder ein Farbiger? Das hat mir dazu denken gegeben. Und der Herr Lippmann sagt, es wird nicht totgeschwiegen, die Gewalt, die hier herrscht in Leipzig. Und es hat doch keine terroristischen Züge, ich finde das sehr euphemistisch. Aber da ist die Frage, haben Sie das eventuell nicht mitbekommen, dass es hier letztes Jahr im Dezember, am 10.12. in dem Laden eines stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden, dass der überfallen wird, zusammengeschlagen wurde, krankenhausreif, dass am 12.12. die Wohnung eines ehemaligen Organisationsmitglieds der Ligida eingebrochen wurde, die Wohnung unbewohnbar verwüstet wurde mit Teher. Und dass jetzt vor drei Tagen oder vor drei Wochen oder zwei Wochen am Wochenende seine Wohnung verwüstet wurde von einem mutmalerischen ehemaligen Neonazi oder wie auch immer und auch völlig unbewohnbar gemacht wird. Und sehen Sie das nicht als terroristischen Akt an, wenn den Menschen so in ihren Lebensgrundlagen sozusagen eingewirbt wird? Das sind die Fragen. Also, wenn es jemanden gibt, der sich schützend vor seine Leute stellt, wenn es jemanden gibt, der ein operatives Abwehrzentrum zur Abwehr von politisch motivierter Gewalt hier nach Leipzig geholt hat, und wenn es jemanden gibt, der sich jeder Diskussion stellt, dann ist das Bernd Mervitz. Und das müssten Sie ja eigentlich wissen. Nun, irgendwas mit Presse und Pressesprecher hin und her, dann fragen Sie ihn selber. Der Bernd Mervitz ist einer von den Leuten dieser Stadt, der keine Diskussion aus dem Wege geht und den Sie überall fragen können. Ja, wenn Sie jetzt versuchen, hier irgendwie was anzudichten, ja, dann ist nun wirklich Bernd Mervitz der Falsche. Und das werden Sie auch natürlich in seinen Statements nachgelesen haben. Jegliche politisch motivierte Gewalt, überhaupt jegliche Gewalt ist Bernd Mervitz fremd. Und der stellt sich auch dort vor seine Leute, wo sie, wie beispielsweise in der Passage hinten am Wiedebachplatz, angegriffen worden sind, eingeschüchtert worden sind, ist er der Erste, der dort ist. Und ihm vorzuwerfen, dass er auf dem linken oder rechten Augen blind ist, ist einfach nur Unfug. Das heißt, eine Zwischenfrage dazu. Ich bitte keine Zwischenfrage. Sie haben drei Fragen gestellt und die drei Fragen werden jetzt beantwortet, bitte, Herr Rottstetter. Vielleicht mal noch einen Hinweis, der sagt, die nicht sein könnte. Sie werden weder bei dem Angriff auf diese Wohnung, noch beim Angriff auf Herrn Gemko, noch beim Angriff auf das Auto von Frauke Petry Adressen und sozusagen noch mehr Öffentlichkeit von Polizeiseiten gelesen haben.